Hallo und zurück, liebe Hollow Knight-Freunde, in Video 3 auf unserer Platinum-Jagd in Hollow Knight. Ja, wir haben jetzt hier den Kollegen fertig gemacht, jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter nach links. Oh, big money. So, wo geht's hier? Düster, oh, Feuer. Gucken, wo wir hier sind. Ah. Ja, okay, das war der Kartenmann, hier waren wir schon. Oh je. Das sieht bedrohend... Ah, ich glaub, nein, ich glaub, hier kriegen wir eine neue Fäh... Hm. Ich glaube, eine neue Fähigkeit. Bank und... Schamane? Na, Mino, na, Mino. Schneckenschamane, ja. Ja, genau, okay. Ja, Zauber. Oh. Rachegeist. Ja, okay, wir können schießen. Wir können schießen, das ist gut. Hast du mich jetzt eingesperrt? Okay. Also, er gibt uns neue Fähigkeit, wir töten sein Monster. Oh, Rachegeist. Holy yes. Ah, was ist das? Ah, roll denn da. Ah, oh je. Was ist das denn hier für eine Gegend, ey? Ach, ich muss die ja gar nicht mehr einsammeln. Komm ja jetzt zu mir. Da ist einer. Boom. Alter. Okay, also, drei Schläge, ein Schuss, heißt... Oh, ich kann nicht schießen. Oh, oh. Heißt, mein Blast ist drei Schuss wert, ha? Fatz. Bringt mir mein Geld. Yes. Okay, geht. Oh, oh. Ah, das ist jetzt alles klar, okay. Jetzt können wir den Blatt machen. Zack, zack. Oh, oh. Und jetzt? Und jetzt? Ich kann nicht mehr schießen. Ah, verstehe. Jetzt müssen wir den da und dann wieder auf. Oh, nee. Ei, ei, ei. Nein! Also, man muss also die kleinen Rabauken da kaputt machen und dann... Ei. Hatte ich viel Geld? Wie viel Geld hatte ich? Hm. Nicht sterben. Also, vom Prinzip her, ich sterbe, mein Schatten bleibt, wo ich gestorben bin. Und mein Geld auch, dummerweise. Und wenn ich jetzt nochmal sterbe, ist mein Geld weg. So ist das Prinzip, okay. Achso, ich sollte das vielleicht sparen für den... ...großen Kollegen. Ich höre meinen Schatten. Achso, ich höre meinen Schatten. Ah ja, okay. Oh, ach scheiße, nicht gesehen. Jetzt hierhin. Ah, ah. Okay, der lädt uns eh auf. Schön. Geht's denn hierhin? Hm. Denkbar ungünstig. Au. Okay. Nochmal Energie extra. Das ist ja gar nicht schlecht. Aber jetzt ist meine Seele nicht voll. Sehr schlecht. Okay. Feuern, schlagen die Kleinen. Zack. Einmal. Das war's schon. Also, eins. Hm. Dinger sind nervig, wenn man... Nicht zu nah ran. Gibt mir... Ah, verdammt. Ja. Zwei. Mal einen Schlag zu. Das gibt's doch nicht. Okay. Was hier? Uff. Nicht schlecht. Also, der Schuss ist nicht... Oh, was gibt's hier? Seelenfänger. Was kann der? Mengen an Seelen, Nageldra... Ah, das ist sehr stark. Oh, ich hab nicht genug. Hm. Hm. Okay, mal schauen. Da bin ich wieder. Na, Mino, na, Mino. Hahaha. Noch was? Okay, wir kriegen wohl nix mehr. Dann... ...können wir ja jetzt theoretisch... ...zu diesem anderen blauen... ...Fiech, wo war das? Das war doch hier. Nein. Oh, und wir schauen... ...wir schauen zum Raub, Papa. Oh. Ja, Manni. Dann gehen wir direkt mal shoppen. Oh, nein. Was war hier? Oh, da war der andere Gegner. Das machen wir auf keinen Fall. Oder schaffen wir das schon? Hm, nee. Mein Gott. Hm, hm. Okay. Hallo. Yes. Wow. Big money. Wie viele haben wir denn? Eins, zwei... Drei haben wir schon gerettet. Na gut. Wir ziehen dann auch ein paar Löchler frei. Ich habe eure Mama getötet vorhin. Hohoho. So, wir gehen jetzt zurück zum Shop und schauen, was wir noch kaufen. Man baut immer das Schild wieder auf. Was gibt's bei euch? Barpanada. Barpanada. Die Feder. Ja, das brauchen wir. Okay, und das zeigt uns alles, wo was ist. Das ist klar. Wir gucken erst mal beim anderen. Wir haben eh so wenig Plätze. Das ist nicht schlecht. Komm, wir kaufen mal eine Sherpa. Wie viel braucht man denn davon nochmal? Oh, okay. Minimum mal vier, würde ich sagen. Oh, Karte aktualisiert. Okay. Ah, jetzt ja. Okay. Jetzt sehen wir was. Das heißt, er zeichnet alles nach, was wir schon abgelaufen sind. Oh je, so viele Open. Paths. Ich glaube, der einzige, wo wir wirklich weitergekommen sind jetzt, ist der, wo der blaue Gegner stand. Barpanada. Barpanada. Kaufen wir Bänke und was kaufen wir noch? Was ist das hier? Ah, damit kann man Markierungen setzen. Schlachten. Verkäufer. 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 Hirschkäfer ist vielleicht nicht blöd. Karte aktualisiert. Ah. Ja. Okay. Super. Hopp. Ach. Also, wenn das Ding voll ist, ist voll, ne? So, das war hier links. Ja. So, Pilgerweg, ne? Der Pilgerweg, genau. Da wollen wir lang in die Stadt, wie es aussieht. So. Eins, zwei. Oh. Easy. Oh. Hm. Ah, ist das super schön hier. Ach, hieß das nicht auch irgendwie? Krü... Krü... Ja, okay. Krünweg. Oh, wer bist du denn? Hallo? Oh. Ich will schießen. Puh. Oh, das war knapp. Nein. Ah. Mein Gott. Oh, die Büsche hier. Hm. Lass uns nicht drüber reden. Oh. Haha. Haha. Das scheint mir ja recht straightforward zu sein. Ach so, wir haben hier keine Karte für das neue Gebiet. Also Kartenmann finden. Brichter hoch? Ja. Hm, Bank. Sehr gut. Ah, man kann die Vögel töten. Okay. Oh. Diese Schmetterlinge sind super praktisch für das Geo. Oh, sie ist doch die neue hier. Ja, die müssen wir gleich bekämpfen, glaube ich. Oh. 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 Bam. Haha. Kann ich. Oh, knapp verpasst. Nein. Oh. 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 Das sieht nach. Kartenmann aus. Yes. Na, das sowas auch sicherlich. Andere Reisende. Hier ist doch noch eine Raupe, ich höre sie doch. Nicht für mich, offensichtlich. Hier geht's runter, komm zu Papa. Na, noch ein Schrittchen. So, okay, also. Geh ich hier zurück? Ah ja, hier war ich schon. Also, runter. Da links war noch ein Weg, aber ach, das ist wo die andere rein ist. Das zierliche Mädchen. Ha. So. Hallo. Ach, die freuen sich immer. Noch einmal. Nein. Knapp daneben ist er auch vorbei. Gio. Hier war noch irgendein Weg. Schick. Ja. Oh, das sieht aber... Oh. Ah nein. Okay. Der Jäger. Ja. Nee. Okay. Okay. Also hier alle Gegner aufgezählt. Alter, wir schon viel... Ach, das sind wir. Besiege noch 19. Weißen. Heißt, je mehr ich davon besiegt, desto mehr Infos bekomme ich. Ich meine, das war auch eine Trophäe, alles zu finden. Okay. Wo geht's weiter? Runter, links. Ah, oh. Ah. Hey. Wohin gehst du? Aua. Neuer Journal. Ah, ja. Okay. Ah. 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 Links. Bank. Dankeschön. Okay. Gehen wir doch erstmal hier runter. Schauen, was es hier gibt. Oh! Der schießt. Aha! Okay. Kein Problem. Geht's da lang? Na, da geht's lang. Äh. Dunkel. Laterne. Okay, wir brauchen die Laterne. Wobei man ja eigentlich was sieht, ne? Hm. Das geht doch. Oh je. Oh, was ist das denn? So viele neue Gegner für Sch- 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 Nah. Okay, das sieht überhaupt nicht bedrohlich aus. Äh, ja, jetzt ist es dunkel. Okay, zurück. Oh, wo kommst du denn her? Oh! Ein kleiner Gegner. Okay, das war rechts. Dann gibt's noch links und unten. Nope. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Was ist das? Säure? Heißes Wasser? Oh, wer bist du denn? Ähm. Hm. Ich hab aber das Gefühl, das geht. Das. Greift der mich an? Nee. So, mein Lieber, du bringst mich jetzt da rüber. Haha. Ja, hier geht's in die Stadt. Wunderbar. Oh. Äh. Oh, das ist ne ganz neue Area. Nebelschlucht. Hm, ne. Wir machen erstmal den grünen Weg zu Ende. Oh, komm ich hier wieder hoch? So. Oh je, muss alles wieder hoch. Bist du auch wieder da? Okay. Ich würd sagen, wir speichern hier mal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und wir erkunden den grünen Weg. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.